Sie haben jetzt eine Frage gestellt? Ja, jetzt darf ich fragen. Sind Sie bereit, das Alkohol trinken für Ihr Leben aufzugeben? Das Alkohol trinken für Ihr Leben nie wieder... Also aufgeben, komplett. Ja, aber das würden Sie nicht... Ja, aber Sie werden die Sünde lieben. Das ist das Problem. Sie lieben die Unheiligkeit. Und deswegen hat der Satan Macht über Sie. Und deswegen werden Sie die Entrückung verpassen und dann gechippt werden. Ich meine, jeder...